Hallo zusammen, wie versprochen erzähle ich euch heute mehr zum Mood Origin Color. Mit fast 90 Nuancen könnt ihr euer Kreativität freien Lauf lassen. Trotz geringen Anteilen von Ammoniak erreicht ihr eine 100%ige Deckkraft. Bei diesem Farbsystem stehen Quinoa und Abyssiniaöl im Vordergrund, verbessern die Intensität und verlängern die Haltbarkeit. Origin Color garantiert euch kraftvolle und leuchtende Farbergebnisse, eine präzise Aufhellung über vier Töne und einen perfekten Farbausgleich auch bei porösem oder schwierigem Haar. Euer Interesse ist geweckt? Dann kontaktiert gerne euren Außendienst oder besucht uns auf stuperka.de. Bis zum nächsten Mal, eure Sarah. Bis zum nächsten Mal.